Hallo! 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 Ihr seht... ganz gut... das... Es ist nicht stark. Und ja, ich... Ich geh mal in die Perspektive. Ja, es sieht aus wie ein Gegenwart. Das ist aber nicht... Wir sind auch mal in Spock. Ah! Hunger Games Netflix sieht alles anders aus. Kein Ding drin. Es ist auch immer... Jetzt weiß ich, was hier mit Hunger Games gemeint ist. Ich habe 24,5-jährig. Das ist wisstablich. Wir sind auf der Schmuck. Alles klar. Das ist so schön. Es geht nicht nachdem... Ich habe hier ganz schön viel Müll aufgesammelt. Ja, was? Ja. Wie ist Baumpunkt festgelegt? Alter! Okay, ich glaube, das Haus ist nur Bremen. Kühe! Alter, Kühe kriegst du nicht in die Kühe bottern. Nein! Okay, ich nehme mal einen Dreizack, der macht mir Schaden. Da! Ist hier Weltende? Wow! Alter! So, dann gehen wir mal in Patrick's Haus, nachdem wir hier alles ablagert haben. Ja. Also, ich mache... Ich will einfach mal den Map zeigen. Ich kenne sie selber nicht. Was ist denn hier? Okay. Alter. Ja, es sollen Hunger Games sein. Oh, ho. Mann! Alter! Immer wenn ich aufnehme, kommt entweder der Akku oder YouTube-Benachrichtung. Jetzt weiß ich, warum hier so viele Kisten sind. So, das ist das Haus von Mr. Labs. Ich kann es euch zeigen. Ich habe nichts anderes, was ich für den Rest drin habe. Das ist einfach nur mit meinem... ...warer, der sie eigentlich schon so gemacht. Hier kann es laufen und auch drauf. Ich kann auch... ...den Chat jetzt verändern. So, dann ist es... ...puff. ...dann auch viel Fisch. Nein! Nein! ... ... ... ... ... Und hier die Bootsfahrschule, ach, was ist das? Alter, so wie damals, Spongebob wollte immer den Fürst spielen. Und das meinte, du wirst mich gefallen. So, dann sind wir zumindest auf die Kühe los. In meinem Minecraft, also normal, wenn das 10 ist, würde man selber mit dem Fürst spielen. Aber jetzt sind wir endlich die Kühe los. Irgendwie lädt die Map nicht so ganz drauf. So, was haben wir hier? Nichts. Den laden eigentlich gar nicht. Oh, hier ist das Krankenhaus. Das nicht richtig geladen hat. Oh. Hä? Hä? Eigentlich finde ich sie. Viecher-Tobo-Zahlen jetzt. Oh Gott, die Klaus-Code. Das kann nur eines bedeuten. Sehr gut. Einmal die Map nicht bescheiden. Hey. Oh. Ich hab dich mal mit demnischen Bier. Oh, das ist das Dach. Oh. 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 Ich würde gerne von der Map noch mehr zeigen, aber sie lädt einfach nicht. Ah, das ist die Sitzecke, Alter. So, da kommen die Zähne, die schönem Wasser, wieder rein. Ähm... Ah. Das hier ist, glaube ich, der Leuchtturm. Ah, Mann. Au. Ah, furchtgebrochen. Notarzt, da geht da irgendwas. Ja, was kann man eigentlich noch so sagen? Dass mir die ganze Zeit das gerade auf die Nerven geht, Mann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lassen habt, dann bleibt da. Danke. Und ja, bitte auch meinen neuen Skin bewerten. Das ist jetzt mein neuen Minecraft-Skin. Vielleicht finde ich ja bald irgendwie. Das Minecraft-Spiel. Wer weiß. Wer weiß. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder... Bis dann... Es ist echt nicht einfach nur die Knöpfe sehen. Bis dann... Es ist echt nicht einfach nur die Entdecke. Bis dann geht totally. Es heißt einfach nicht, wie dieses Monk cosa ist. Bis dann zu